Also das ist jetzt mal wieder eine richtige Bombshell News. Und zwar kam jetzt gerade raus, dass sogar die CIA und der aktuelle US-Außenminister Anthony Blinken verwickelt war in die ganze Desinformationskampagne rund um die Hunter Biden Laptop Geschichte. Und ich kann euch eine Sache versprechen, nämlich dass die meisten Mainstream Medien das jetzt wieder komplett herunterspielen werden und in Deutschland wahrscheinlich sogar gar nicht darüber berichten werden. Wir werden es aber natürlich tun. Ja, sanfte Grüße meine Freunde des kritischen Denkens und ich verspreche euch, das Video wird ziemlich kurz, aber ich muss trotzdem ganz kurz nochmal ausholen, denn es geht hier um diesen Fall von der Hunter Biden Laptop Geschichte, die ja damals im Rahmen der Twitter-Files so richtig brisant wurde. Es hatte nämlich damals die New York Post einen Artikel verfasst über den Sohn von Präsident Biden, nämlich Hunter Biden, der eben in kriminelle und korrupte Machenschaften von zum Beispiel in der Ukraine oder in Russland involviert war und das sogar während der Präsidentschaft von Barack Obama der US-Vizepräsident Joe Biden eben auch hier Einfluss genommen hat auf die Geschicke in anderen Ländern. Und somit war das natürlich ein brisanter Fall, vor allem weil dieser Bericht damals in der New York Post mitten im US-Wahlkampf 2020 veröffentlicht wurde und zwar am 17. Oktober. So und jetzt ist Folgendes passiert, wenn natürlich in so einem Wahlkampf so eine Story rauskommt, dann werden die meisten Leute, die das lesen, natürlich anfangen das zu teilen und irgendwie darüber auch twittern und so weiter. Und genau das ist passiert, weswegen nur drei Tage später, das ist das, was jetzt rauskam, drei Tage später ein Brief eingetrudelt ist bei dem damaligen stellvertretenden Vizedirektor von der CIA namens Mike Morrell. Und von wem war dieser Brief? Von keinem geringeren als vom damaligen Wahlkampfchef von Joe Biden, nämlich Anthony Blinken. Und was der an den Mike Morrell geschrieben hat, das war wirklich absolut heftig. Er hat nichts anderes gesagt, als wir wollen, dass ihr jetzt einen Brief schreibt und unterzeichnet von mindestens 50 wichtigen CIA und Intelligence Committee Mitgliedern, dass eben diese gesamte Geschichte von der New York Post einfach eine russische Desinformationskampagne ist, um Joe Biden zu schaden. Und was hat dieser Mike Morrell gemacht? Er hat nicht etwa richtig tiefgründig selber recherchiert, um herauszufinden, ob an der Geschichte etwas dran ist. Denn wie man ja jetzt mittlerweile weiß, ist 100% dieser Geschichte wahr gewesen. Also es gab diesen Laptop und es gab die Sachen, die da drauf sind und so weiter und so fort. Es war keine russische Desinformationskampagne. Aber der Mike Morrell hat jetzt in einer privaten Anhörung vor Gericht unter Eid ausgesagt und die ganze Wahrheit rausgelassen, nämlich, dass er persönlich wollte, dass Joe Biden Präsident wird und deswegen tatsächlich diesen Brief auch verfasst hat und insgesamt 50 Unterschriften von ehemaligen, sehr, sehr hochrangigen Mitarbeitern der CIA auf diesem Dokument unterzeichnet hat. Die haben dann das Ganze zur Presse gebracht und dann hat Politico einen Beitrag darüber geschrieben wo eben auch drin stand, ja, 50 CIA-Direktoren und so weiter legen fest, es handelt sich hier um russische Fake News und so weiter und so fort. Und das wiederum konnte dann auch Joe Biden in einem TV-Duell direkt gegen Trump und so weiter eben auch anführen und eben vorlegen. His buddy Rudy Giuliani, he's being used as a Russian pawn. The emails allegedly found on a laptop in Delaware indicated Biden met with an executive of a Ukraine gas company while he was VP and while his son Hunter was employed by it, raising questions of conflict of interest. I did my job impeccably. I carried out US-Policy. Not one single solitary thing was out of line. Not a single thing. Biden calls it part of a smear campaign, possibly involving Russian interference. I mean the laptop is now another Russia-Russia-Russia-Russia-Hoax? And that's exactly what, that's exactly what it would call. This is where he's going. The laptop is Russia-Russia-Russia? Gentlemen, I want to stay on the issue of race. You have to be kidding. Das heißt, in diesem Fall waren es hier nicht die Russen, die eine Desinformationskampagne gefahren haben, sondern, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, es gab ja einerseits das FBI, welches involviert war, weil die ja zum Beispiel auch diese Desinformationskampagne mit Twitter und so weiter initiiert haben. Die ganzen Twitter-Metarbeiter waren ja mit dabei und haben angefangen zu zensieren, dass die Leute diesen Beitrag nicht mal mehr ihren Freunden schicken konnten bei Twitter als Direktnachricht. Und auf der anderen Seite kommt jetzt raus, dass sogar das CIA und das Wahlkampfteam von Joe Biden und somit natürlich auch Joe Biden selbst hier daran beteiligt sind. Also ich muss sagen, das ist eine Sache. Ja, die kann man jetzt auch nicht wieder einfach nur abtun als irgendwie so, ja, die New York Post, die ist ja von Rupert Murdoch und bla bla bla. Dann checkt mal diese Nachricht hier vom Judiciary Committee. Das heißt, die werden jetzt natürlich die gesamten Akten und Daten und so weiter von Blinken anfordern. Und das wird jetzt so richtig ramba zamba geben. Und ja, die Prognosen dazu, die braucht man jetzt gar nicht machen. Kommt es vielleicht sogar zu einem Amtenthebungsverfahren von Joe Biden? Ich kann das mir gut vorstellen, weil das ist ja wirklich das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Das ist auch im Vergleich zu dem, was gerade mit Donald Trump und seiner Geschichte mit der Pornoproduzentin und so passiert, ja, ein absoluter Witz im Vergleich. Und ja, ich bin also echt massiv erstaunt, wie heftig hier tatsächlich eingegriffen wurde. Das heißt, ich meine, wenn wir mal zurückspulen, damals in den ersten Wahlkampf von Trump und so, da gab es ja diese ganze Cambridge Analytica Geschichte. Und was Facebook da damals für ein riesiges Fass aufgemacht hat und angefangen hat, übrigens ja auch völlig zu Recht, ja, eben andere Maßnahmen zu treffen. Beispielsweise, das finde ich übrigens sehr gut, dass man für politische Spenden, gerade auch für im Wahlkampf und so, dass man das eben transparent bei Facebook offenlegen muss, wer da zum Beispiel gespendet hat und wie viel Geld zum Beispiel ausgegeben wird für so politische Werbung und so weiter. Ich meine, alleine schon aus Transparenzgründen, wenn das mit öffentlichem Geld passiert, ist das ja für die Leute, die das schlussendlich zahlen, wichtig. Aber wo bleibt jetzt sozusagen der Aufschrei, ne? Dass eben solche Desinformationskampagnen nicht irgendwo nur von außen kommen, sondern direkt von den USA selbst und zwar mit vielen, vielen Leuten innerhalb der CIA, des FBI und sogar von hochrangigen Mitarbeitern von Tech-Konzernen, die alle eben aufgrund ihrer progressiven Neigungen, also damit meine ich, dass sie halt eben alle eher demokratisch wählen und so weiter und hier aber so einen heftigen Einfluss auf diese Wahl eben genommen haben. Also ich glaube, hier gibt es so einige Leute gegen ihren Amtseid und so weiter hier verstoßen haben und ich glaube, das wird jede Menge an Klagewellen geben und das ganze Thema, das wird jetzt richtig brenzlig und das ganze Thema, das wird jetzt richtig brenzlig und ich finde es einfach unfassbar, was hier immer wieder rauskommt, ja?